Jetzt steh ich wieder hier, im Norden von Europa. Heute beginnt ein neuer Tag. Er wird einmalig sein und sich nicht wiederholen. Es ist die Natur, die in den nächsten Tagen das Drehbuch zu unserer gemeinsamen Reise schreiben wird. Wir werden unterwegs sein an magischen Plätzen. Mit jeder Stunde, ja sogar Sekunde, verändert sich die Welt. Dieser Moment. Diese Aussicht so spektakulär. Dieser Fluss so dunkel. Der Fjord so mächtig. Diese Nacht so sternenklar. Diese Polarlichter so magisch. Diese Küste so blau. Wir teilen unsere Gefühle und Emotionen, obwohl wir uns erst begegnet sind. Wir erleben gemeinsam die eindrückliche Natur. Begegnen Menschen und Geschichten, die uns bleiben werden. Wir werden Naturwunder sehen, die wir uns nicht vorstellen konnten. Ja gar nicht wussten, dass es sie so gibt. Wir sind Reisende Abenteurer und Entdecker. Wir sind Jäger des Lichts und Nachtschwärmer. Und heute, heute weisst du wieder mehr als gestern. 22. Emm 20 Sometimes Bruises